Ja, hat sich jetzt gelohnt, würde ich behaupten. Upsala. Äh, ja. Da benötigen wir wahrscheinlich nochmal einen größeren Sprung. Ah. Ne, okay, gut. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit... Warte mal. Ja, okay. Ja. Ah. Das haben wir uns hier eingekerkert, oder was? Upsala. Upsala. Hm, hm. Wir haben die Möglichkeit jetzt aber nach links weiter zu gehen. Äh, beziehungsweise... Also wir müssen auf jeden Fall nach oben, ja. Nach rechts. Ne, wir versuchen es erstmal nach rechts. Lebens... Oh, hier können wir aufladen, hier können wir aufladen. Sehr gut. Spiel speichern und volle Lebens- und Seelenenergie aufladen. So. Hier kommen wir, glaube ich, nicht lang. Ups, da war ja die Spinne. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das, dass ich das noch schaffe. Ah. Und hier haben wir den... Hm. Wieso kommen wir denn jetzt hier nicht hoch? Wir haben doch so einen... Doppelsprung und das schafft man nicht? Das ist doch unglaublich. Das ist unglaublich. Ah, doch jetzt. Jawoll. Speichern. Gut. Jetzt müssen wir hier wohl jetzt wieder zurück. Ähm. Aua. Mal richtig hinsetzen. Ähm. Wir können ja auch nochmal versuchen, nach rechts zu kommen. Dort sind wir auch noch nicht gewesen. Oh, jetzt hat sich hier meine... Mein Controller verabschiedet. Kleinen Moment. So, alles gut. Wir versuchen unser Glück in diese Richtung. Aber ich glaube, das, äh... Schaffen wir nicht. Auch mit unserem... Obwohl, wenn wir jetzt vorsichtig sind und, äh... Die, äh... Spinne immer den... Kügelchen ausweichen. Diese rausschießt. Jawohl. Nein! Oh, äh... Oh, äh... Oh! Jetzt, äh... War ich kurz überrascht, dass hier ein Loch war. Und hier kommen wir nicht weiter. Das scheint... Ein weiteres Level zu sein, wo wir nicht weiterkommen. Ich glaube, wir sind vorhin auch schon hier gewesen, ne? Aber, warte mal. Geht's hier hin? Hm. Jetzt hat's uns doch noch erwischt. Ja, das ist halt so... Die Sache, dass man immer alles, äh... Einsammeln möchte. Gut. Dann lassen wir das. Wir kommen da sowieso nicht hin. Das heißt, wir müssen dann wohl doch... Notgedrungen. Notgedrungen müssen wir... Hm... Nach oben links, ne? Hier wieder zurück, oder? Vielleicht haben wir die Möglichkeit, da unten... Hier so... Aber hier waren zu viele Stacheln. Da kamen wir nicht weiter, ne? Na ja, das schaffen wir... Schaffen wir das überhaupt hier wieder in diese Richtung? Ah... Beinahe. Mh... Das gibt's nicht. Oh... Oh... Speichern. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Wir können auch links langlaufen, ne? Sehe ich gerade. Das war jetzt nicht so clever. Ups, 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 ups. Huah. Ups, Alter. Vielleicht ist es cleverer, erst rechts lang zu kommen. Boah. Das muss man zuerst hier dieses kleine Energiekügelchen einsammeln. Dann wieder ein bisschen Energie zum Speichern des Levels. Und dann nach links. Warte mal, das müssen wir noch mal kurz üben. Warte mal, das müssen wir noch mal kurz üben. Sag mal, das gibt es doch gar nicht. So. Perfekt. Wir haben es geschafft. Und vielleicht machen wir es auch so, dass wir jetzt am besten links lang gehen. Das ist, glaube ich, der kürzeste Weg dann nach oben. Puh. Jawohl. Ein Level wieder freigeschaltet. Äh, ja. Nächstes Fähigkeiten. Punkt. Speichern. Und hierzu, ähm, Ultra-Geister-Magnet. Perfekt. Und nochmal speichern. Ja. So sieht es aus, liebe Freunde. Haben wir hier noch etwas, was wir machen können? Nicht wirklich. Wir müssen auf jeden Fall wieder links lang. Ja. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin. So wie es aussieht. Deswegen lasst uns erst mal hier wieder hochgehen. Jawohl. Perfekt. Speichern. Wir werden ja von Mal zu Mal auf jeden Fall auch stärker. Und, ähm, wird natürlich dann auch ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Das schaffen wir noch nicht. Und, ähm, da oben kommen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Boah. 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 So, soviel dazu, dass es einfacher wird. Ah. Spiel gespeichert. So, die Wasserader wird wieder hergestellt. Und wir gehen hier rein. der Ginso-Baum. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdruckt und von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wieder herstellen und das Herz des Ginso-Baums finden. Ja, nichts leichter als das. Flups, hat's gemacht. Achso. Äh, ja, 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 ja. Wir hätten vorher vielleicht das Ding kaputt machen müssen. Das schaffen wir nicht bis darüber. Ähm, wie machen wir das am besten? Wie machen wir das denn am besten? Schaffen wir das, wenn wir von... Moment. Ja, ey, 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 ey. Auf jeden Fall erstmal wieder speichern. Ganz wichtig, ganz wichtig. Sonst müssen wir immer wieder von vorne anfangen. Oh, wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Das können wir scheinbar nicht... Aha. Hm. Ah! Nee, warte mal. Das ist doch schon recht kompliziert hier, die ganze Angelegenheit. So, da kommen wir hier. Und da kommen wir wieder dort raus. Okay, äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier rein. Gut, wir müssen an diesen... komischen Dingern vorbei. Äh, ja, warte mal. Wah! Oh, meine Güte. Ganz vorsichtig, immer Stück für Stück. Dann klappt das auch. Speichern. Zack. Oh, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, hier. Ach, hier. Ach, hier. Ach, so, warte mal, äh, das, äh... Oh. Jawohl. Ups, äh... Böse, böse Spinne. Hm, die Frage ist, wenn ich hier rein schwuppse... Ach so, warte mal. Geh ich erst mal hier rein? Nein. Moment, zurück, zurück, zurück. Denn... Ich will mal gucken, ob ich... Oh. Wo es hierhin geht. Ah, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und... Oh, 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 oh. Das ist... Das war... Das war knapp. Wo bin... Wo bin ich jetzt? Wow! Wow! Oh, kompliziert, kompliziert. Ähm, das heißt... Warte kurz, äh, speichern. Wir kommen unten rechts raus. Das heißt, da rein. Dann hier wieder rein. Und... Dort rein. Ach, ja. Nein! Oh, 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 oh. Wir müssen wahrscheinlich doch hier unten rein. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da. Äh... Ich könnte wetten. Hier so, jawohl. Ist das etwas, was man schie... Ah. Warte mal. Das können wir wahrscheinlich auch nur nach dort schieben. Ups. Das war, glaube ich, falsch. Wir hätten das nämlich... Moment. Wir müssen uns mal ganz kurz... Äh... Vernichten. Na komm. So. Wir haben das nämlich in die falsche Richtung geschoben. Denn wir müssen das in diese Richtung schieben. Wupsala. Genau. Jetzt fliegt das nämlich dort rein. Mal... J occasionally geben. Warum. Das ist mir preparat. So. Honestly, ich will hier nicht melden. Ich bin jetzt ab. Die ist nicht schlecht. Ich habe damit gemacht. Ich fühle mich sein. Wenn, wenn, was ich FIRST lá triangular verschwinden? Doch. Und er nah liter wird...